Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala arihi wa sahibi ajma'in Die heutigen Versen, die wir uns anschauen möchten, sind die Versen 84 bis 92, inshallah und ta'ala Ich lese die Versen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, sagte Ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor Vers 84 Sag, wir glauben an Allah und an das was auf uns und was auf Ibrahim Ismail, Ishaq Jaqube und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde und was Musa, Isa und den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören Wie sollte Allah ein Volk recht leiten das wieder ungläubig wurde nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht Der Lohn jener ist dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt ewig darin zu bleiben Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert noch soll ihnen Aufschub gewährt werden Außer denjenigen die nach alledem bereuen und verbessern so ist Allah allvergebend und barmherzig Jene aber die ungläubig werden nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf ein Unglauben zunehmen deren Reue wird nicht angenommen werden und jene sind die irregehenden Gewiss diejenigen die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben von keinem von ihnen würde das ganze Erde würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden auch wenn er sich damit loskaufen wollte Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keine Hilfe haben Ihr werdet die Güte nicht erreichen bevor ihr nicht von dem ausgebt was euch lieb ist und was immer ihr ausgebt so weiß Allah darüber Bescheid Wir hatten beim letzten Mal uns die Verse unter anderem den Vers 81, 82 und 83 angeschaut wo Allah subhanahu wa ta'ala den Ahlul Kitab dem Volk der Schrift klar gemacht hat dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Propheten ein Abkommen gemacht hat dass jeder Prophet an alle Propheten glauben muss und jeder der einem Propheten folgt diesen Propheten folgen muss aber trotzdem auch an alle anderen Propheten glauben muss und sollten wir also Allah hat mit den Menschen ausgemacht sollte sollte es eine Gemeinschaft von Muslimen geben die einem Propheten folgt und der Prophet stirbt dann kommt ein anderer Prophet und er bestätigt das was der Prophet vorher auch gesagt hat dann müssen sie diesen Propheten folgen jetzt was hat das zu tun warum wird das erwähnt in Bezug auf die Juden und die Christen weil wenn sie behaupten an Musa und an Isa und Ibrahim und Ishaq und Yaqub und Dawud und Suleiman usw. zu glauben dann obliegt es ihnen auch an die Propheten an alle Propheten gleichermaßen zu glauben und nicht an manche Propheten manche Propheten zu leugnen und manchen Propheten manchen Propheten sogar Kuffer vorzuwerfen und andere Propheten akzeptieren sie sogar übertreiben in der Liebe zu ihnen und dann kann es auch nicht sein also wenn wir glauben wenn wir einem Propheten glauben müssen der das bestätigt was die Propheten vorher gesagt haben dann kann es auch nicht sein dass Isa a.s. gekommen ist mit einem neuen Iman einem neuen Glauben und widerspricht dem Iman den die anderen Propheten verkündigt haben also stimmt was nicht entweder Isa war ein falscher Prophet oder ihr lügt über Isa Isa hat nicht das gesagt was er von ihm behauptet gesagt zu haben eins von den beiden muss sein wir wir sind der ersten Ansicht und die Christen auch außer den Juden wir sind der ersten Ansicht Isa hat die Wahrheit gesprochen aber es ist nicht das was die Christen uns über ihn sagen nachdem Allah es ihnen klar gemacht hat und deswegen ist der Quran sind Allah bezeichnet den Quran als Ayat Bayinat klare Verse klare Verse klare Beweise weil diese logischen Beweise das ist kein Wunder das sind ganz normale logische Beweise wenn du das akzeptieren willst wenn du die Wahrheit wissen möchtest und der Wahrheit folgen möchtest musst du dieser logischen Schlussfolgerung glauben wenn du nicht dieser logischen Schlussfolgerung glaubst wie kannst du ihn dir innerlich vereinbaren dass irgendwann mal plötzlich kommt ein Prophet der etwas anderes sagt als alle Propheten vorher gesagt haben wie geht das Adam hat es nicht gewusst Noah hat es nicht gewusst und alle Propheten haben es nicht gewusst das kann nicht sein diese Frage muss dieser Christ der Jude für sich oder besonders jetzt der Christ für sich selbst beantworten können wenn nicht dann ist ein Widerspruch in seinem Glauben irgendwo und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala eine rhetorische Frage oder eine Frage die keine Antwort in dem Sinne bedarf begehren sie denn eine andere als Allahs Religion der Islam und Allah macht es uns klar dass es der Islam ist indem er sagt wo sich ihm doch jeder ergeben hat also jeder ist ihm ein Muslim jeder ist ihm ein gottergebener Mensch jeder ist ihm ergeben und das ist der Islam und ebenso macht Allah subhanahu wa ta'ala es uns im 85. Vers ganz klar und er sagte wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören und dieser Sache auch kann keiner widersprechen kein Jude und kein Christ kann sagen nein dass sich Gott zu ergeben kann nicht die wahre Religion sein das geht nicht der Jude und der Christ muss dieser Sache zustimmen weil er glaubt selbst dass man sich Gott ergeben muss daraufhin sollte ein Jude oder ein Christ die Frage bejahen Allah sagt begehren sie denn eine andere als Allahs Religion sollten sie sagen ja wir begehren eine andere als Allahs Religion dann haben sie sich selbst bestätigt dass sie ungläubig sind wenn sie sagen nein wir begehren die Religion Allahs dann soll der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zusammengefasst nachdem viele Verse wir haben gesagt etwa 8 die ersten 80 Verse oder ein paar mehr sind in Bezug auf die Christen von Najiran herabgesandt worden und zusammenfassend sagen wir im 84. Vers soll der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den Ahle al-Kitab sagen sag wir glauben an Allah und an das was auf uns und was auf Ibrahim Ismail Ishaq Jakob und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde wer soll sagen natürlich Muhammad sallallahu alaihi wa sallam warum spricht er in der wirform warum sagt er wir glauben ja weil er ist ein Mensch und er spricht für seine Ummah und so ist es die Muslime haben einen Imam der für sie spricht wir glauben an Allah und an das was auf uns was auf uns und was auf Ibrahim jetzt hat Allah subhanahu alaihi wa sallam hier einige Prophetennamen erwähnt welche Prophetennamen also Propheten die edle Propheten waren wie alle Propheten waren aber besonders Propheten die die Juden und Christen gut kennen also wir sagen ihnen passt auf die wahre Religion ist die Religion Allahs nennen sie wie ihr wollt und was wir glauben wir Muslime ist wir glauben an das was diese Propheten geglaubt haben seid ihr dabei oder nicht sie müssen sagen wir sind dabei sie müssen sagen wir sind damit einverstanden sie können nicht sagen wir glauben nicht an Ismail nicht an Ishaq nicht an Jakob und so weiter weil es steht in ihren Büchern drin und sie behaupten es ja und jetzt sagen wir zu ihnen wir glauben das gleiche wie ihr nur und das Unterschied zwischen uns und euch ist wir ergeben uns Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen und wir beten niemand anderes an außer Allah Ibrahim ist klar jeder von uns kennt Ibrahim der die Kaaba gebaut hat und andere gewaltige Dinge gemacht hat und Ismail seinen Sohn den er opfern sollte und Ishaq seinen zweiten Sohn den er bekommen hat nachdem er Ismail hätte opfern sollen dann Jakob der Sohn von Ishaq und Jakob ist derjenige wie wir gesagt haben der den Beinamen bekommen hat Israel Jakob ist derjenige der den Beinamen bekommen hat Israel und die Kinder von Jakob das sind diejenigen Menschen die wir nennen Bani Israel oder Banu Israel und die Stämme als Offenbarung Stamm auf Arabisch As-Sabt ist das gleiche wie bei den Arabern Qabilah bei den Kindern Araber bei den Kindern der bei den Kindern Israels sagt redet man von As-Barte und bei den Arabern redet man von Qaba'il das sind beides Stämme bei den einen heißt es so bei den anderen heißt es so und was die Stämme als Offenbarung abgesagt bekommen haben was auf sie herabgesandt wurde nämlich die Propheten die bei ihnen waren denn unter den Kindern Israels gab es subhanallah immer Propheten bis Isa kam er war dann der letzte Prophet von den Kindern Israels und wir meinen mit den Stämmen die zwölf Kinder von Jakob von Jakob er hat zwölf Kinder gehabt und jedes Kind von seinen Kindern hat eine hat so viele Kinder bekommen dass es ein ganzer Stamm geworden ist also er hatte eine gesegnete Nachkommenschaft unter ihnen gab es Rechtschaffene und Menschen die weniger rechtschaffend waren und ebenso glauben wir an das was Musa und Isa und den Propheten von ihren Herren gegeben wurde Musa und Isa natürlich speziell erwähnt klar weil die Juden behaupten Musa zu folgen Moses und die Christen behaupten Isa zu folgen und wir glauben an das Buch das Musa erhalten hat und wir glauben an das Evangelium was Isa erhalten hat ein Evangelium nicht vier und ebenso den gesamten Propheten was ihnen von ihren Herren gegeben worden ist dieser Satz beweist uns dass wir nicht nur an die Propheten glauben die Allah uns erwähnt hat sondern wir glauben an alle Propheten auch wenn Allah sie nicht namentlich erwähnt hat wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben was heißt Unterschied machen bei jemandem von ihnen dieser Vers ist fast der gleiche wie in Surah Al-Baqarah und wir haben gesagt Unterschied zu machen zwischen den Propheten bedeutet dass man an manche Propheten glaubt und an andere Propheten nicht glaubt an manche Propheten zu glauben und an andere Propheten nicht zu glauben das bedeutet Unterschied machen Unterschied machen bedeutet nicht zu sagen ein Prophet ist besser als der andere was wir auch nicht machen dürfen nicht sagen der Prophet Nuh ist besser als der Prophet Lut sowas darf man nicht sagen aber dass es Unterschiede an Stufen unter den Propheten gibt ist klar Allah Allah sagt im Koran wir haben die einen Propheten den anderen bevorzugt sagt Allah in Surat Al Isra und wir sind ihm ergeben Allah und das ist der Islam und das ist auch auf Arabisch heißt es also wir sind Muslime heißt es auf Arabisch wortwörtlich dann sagt Allah manche Leute übrigens sagen ja man braucht nicht beten man braucht nicht fasten man braucht nicht weiß nicht was machen alle diese Sachen die für den Menschen keinen Nutzen bringen so sagen sie sie sagen man braucht diese ganzen Sachen nicht tun sondern das wichtigste ist dass man ein guter Mensch ist dass man freundlich zu den Menschen ist dass man den Menschen hilft dass man den Menschen nicht schadet und so das heißt jeder Nutzen zwischen dir und den Menschen dieser manche Leute sagen das ist das was zählt natürlich das ist hat mit Islam natürlich nichts zu tun und diesen Leuten unter anderem antwortet Allah und da sagt ihnen wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird zu den Verlierern gehören absolute Voraussetzung dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendetwas von dir verlangen akzeptieren wird am Tag der Auferstehung an guten Taten ist dass du ein Muslim gewesen bist sonst kannst du es vergessen sonst wirst du so werden deine gesamten Taten wie Allah beschrieben hat in Surah Al-Furqan wie verwehter Staub sein nur Staub sind deine Taten leist man einmal darüber und sind weg das war's und du hast und Allah hat dich nicht ungerecht behandelt weil er hat dir deinen Lohn in dieser Zeit schon gegeben dadurch dass du gesund warst dass du Essen gegessen getrunken hast das ist schon deine Belohnung gewesen denn wie es heißt beliefert ist selbst wenn ein Mensch für Allah Sujud machen würde ab Tage seiner Geburt an bis zum Tage seines Todes hätte er nicht einmal Allah aufrichtig für eine einzige Ni'ma gedank die Allah ihm gewidmet hat das ist nicht möglich deswegen müssen wir anerkennen dass alles von Allah kommt von durch seine Gunsterweisung durch seine Ni'ma durch seinen Fadl und wir haben dazu nichts beigetragen und Alhamdulillah verlangt er von uns nicht zu revanchieren man kann sich nicht revanchieren selbst wenn man sein gesamtes Leben für Allah widmen will und dazu sagen wir Allah verlangt gar nicht einmal das also Allah hat nicht verlangt dass man sein ganzes Leben lang widmet unser Prophet hat gesagt das Lebensalter meiner Umma ist zwischen 60 und 70 Jahren das ist meistens der Fall die meisten Menschen von der Umma von Muhammad leben so lange dass sie zwischen 60 und 70 Jahre alt werden unser Prophet ist zum Beispiel ist auch in diesem Alter gestorben sagen wir mal jemand wird 60 Jahre alt wenn jemand 60 Jahre alt wird und wir wissen erfahrungsgemäß jeder von uns dass man in seinem Leben wie lange schläft man ein Drittel seines Lebens schläft man ungefähr 8 Stunden pro Tag von den 60 Jahren sind dann schon mal 20 Jahre weg bleibt nur noch 40 Jahre übrig von diesen 40 Jahren hat Allah auch nicht verlangt von uns dass wir immer nur Salihat machen gute Taten machen man darf auch Mubahat machen es gibt auch Freizeit von von diesen 40 Jahren wenn wir davon 10 Jahre weg nehmen an Freizeit was viel zu wenig ist nehmen wir 20 Jahre lang bleiben noch 20 Jahre übrig bleiben noch 20 Jahre übrig von diesen 20 Jahren wenn man sich einmal bewusst macht es hört sich jetzt erstmal viel an aber macht sich mal bewusst ist es schwer 20 Jahre lang einer bestimmten Sünde aus dem Weg zu gehen ist es schwer 20 Jahre lang einfach durchhalten 20 Jahre lang nicht Zinsen zu nehmen nicht Zinsen zu geben 20 Jahre lang einfach nicht etwas essen was verboten ist wenn du das geschafft hast 20 Jahre lang nur dann Allah wird dir ein Paradies geben dessen Ausmaße so groß sind wie der Himmel und der Erde das ist das eine und zweitens es wird nicht 20 Jahre lang dauern oder 20 Jahre danach nochmal 20 Jahre dann nochmal 20 Jahre nochmal 20 Jahre und es hört nicht auf wenn man sich das bewusst gemacht hat und möge Allah uns den Erfolg verleihen dass wir die Sache uns bewusst machen weil dann weiß man der Sinn der Sache ist was du machst dir nur bewusst dass diese du musst es aushalten es ist nicht einfach den Haram aus dem weg Versuchung ausgesetzt sein möge Allah uns dazu Kraft geben dass wir die Sache umsetzen wer also eine andere Religion als Allah begehrt egal wie du stirbst ob du als Atheist stirbst oder als Christ stirbst oder als Jude stirbst oder als Pantheist Buddhist wenn du stirbst und als nicht Muslim Allah hat dir die Hölle versprochen es gibt keine andere Religion als diese und deswegen brauchen wir die Sachen nicht schön reden Allah sendet diesen Koran herab als frohbotschaft und als warnung für die Leute also wenn jemand dich fragt als Christ was passiert mit mir wenn ich sterbe oder wenn du ihnen den Islam beibringen möchtest gehört es dazu zur Botschaft dass du den Menschen klar machst es gibt zwei Wege nach dem Tod gibt die Jannah und es gibt keinen dritten Weg und damit er sich das bewusst macht und manchmal denkt man ein Wort hat keine Auswirkung aber manchmal haben wenige Worte große Auswirkungen einer Person und sie wenn sie nicht direkt es aufnimmt aber sie wird darüber nachdenken und manchmal tragen die Früchte erst viel später weil sie von hier hört und von da hört und so weiter Hauptsache man ist ehrlich in seiner Dauer und sagt ihnen Alhamdulillah ihr glaubt an Isa ihr glaubt auch nur einen Gott das stimmt überhaupt gar nicht man legt sie rein was bedeutet es Allah sagt man wird zu den Verlierern gehören das heißt man wird in die Hölle gehen und auf Egeweg in der Hölle bleiben dann sagt Allah wie sollte Allah ein Volkrecht leiten das wieder ungläubig geworden ist oder ungläubig wurde nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren und Allah leitet nicht das ungerechte Volkrecht dieser Ausdruck von Allah wie sollte Allah ein Volkrecht leiten das wieder ungläubig wurde auf wen bezieht es sich es bezieht sich auf Leute die gläubig gewesen sind und dann den Islam verlassen haben wer geleugnet geleugnet und darauf sind sie aus dem Islam ausgetreten das die die Christen bei den Christen hat vielleicht ein bisschen näher angedauert weil sie spätestens ungläubig geworden sind nachdem Mohammed mit dem Koran entsandt wurde und sie haben Mohammed geleugnet und ebenso den Koran und dadurch sind sie aus dem Islam ausgetreten weil es gab immer auch unter den Christen Leute die an einen Gott gelobt haben und als einen Propheten gesehen haben einen Gesandten Gottes und nicht als Sohn Gottes oder Gott selbst wie sollte Allah ein Volk recht leiten das wieder ungläubig geworden ist nachdem es muslimisch geworden ist dieser Ausdruck bedeutet nicht dass es unmöglich ist sondern bedeutet es ist sehr weit hergeholt und sehr unwahrscheinlich dass Allah jemand der den Islam verlassen hat wieder zum Islam zurückleiten wird diese warum Allah macht es uns klar er sagte er sagte und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht weil das ist eine der größten Ungerechtigkeiten das ist die größte Ungerechtigkeit an sich dass du den Islam verlässt nachdem Allah dir diese Ni'ma gegeben hat dass du Muslim bist und du sagst ich möchte sie nicht und nimmst eine andere Religion an das ist eine so eine große Ungerechtigkeit dass im Normalfall Allah wird dir nicht mehr Hidayah geben nach dieser Sache und das ist eine Sache die können wir mit eigenen Augen sehen Leute den Islam verlassen wie ihr Ende ist dass sie nicht mehr zum Islam zurück finden und du redest mit ihnen als wären sie niemals Muslime gewesen die Hidayah diese Licht das sie gehabt haben ist nicht mehr da es einfach nicht da es ist so als wären sie niemals Muslime gewesen aus meiner Stadt und so und wo ich gehört habe der wollte das nicht akzeptieren und dann später dass ich gehört habe dass er andere Religion genommen hat Beispiel für mich dieser Mann absolut ist gestorben absolut und dann wenn der irgendwie 10 Jahre oder 5 Jahre oder so irgendwie kommt er wieder zu islam und sagt trotzdem darf man nicht nehmen oder er war muslim wenn du kurz wartest dann kriegst du die Antwort auf deswegen inshallah das werden für alles erwähnen deswegen habe ich auch gesagt die die aussage allahs im 86 vers wie sollte Allah ein Volk recht leiten das wieder ungläubig wurde nachdem es den glauben angenommen hatte gemeint ist es sehr unwahrscheinlich dass so ein mensch überhaupt wieder muslim wird wenn sie muslimisch wird wieder dann ist unser bruder am glauben zweifelt keiner daran und der Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Abbas und anderen er sagte zu seinen Leuten von Ansar und zwar hat er jemanden hingeschickt und gesagt zu dieser Person bitte geht zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam geht ihr bis zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und fragt ihn kann ich Tauber machen gibt es für mich noch einen Weg zurück und dann hat dann gingen eben seine Leute zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und sie sagten zu ihm die Person so und so hat durcheid und er hat von uns verlangt dass wir dich fragen ob es für ihn Tauber noch gibt daraufhin hat Allah sallallahu alaihi wa sallam diese Verse abgesandt die Verse 86 bis 89 herab gesandt und der 89. Vers das ist der entscheidende Vers wo Allah sagte außer denjenigen die nach alledem bereuen und verbessern so ist Allah allvergebend und barmherzig also auch jemand der den Islam verlassen hat und findet den Weg zu seinen Glaubensbrüdern oder zu Muslimen wieder zurück diese Person Allah sallallahu alaihi wa sallam vergibt ihr auch ihre Sünden die sie gemacht hat und sie ist wieder ein Muslim wie die anderen Muslime auch das ist natürlich die Katastrophe die passiert ist ist dass alle seine Taten sind weg alle seine Taten die er gemacht hat als Muslim am ersten Mal sind weg und es gibt einen Khilaf unter den Gelehrten bekannte Khilaf so eine Person wenn sie Hajj gemacht hat sollen sie nochmal Hajj machen oder nicht ja manche Gelehrte haben gesagt so eine Person muss Hajj komplett nochmal neu machen weil die Tat ist weg und andere haben gesagt wir brauchen keine Hajj machen nochmal sondern dann wenn sie den Islam annimmt bekommt sie ihre guten Taten wie Hajj und so weiter wieder zurück wie dem auch sei die Katastrophe ist gewaltig dass sie alle ihre Gebete und solche Sachen verloren hat und Allah sallallahu alaihi wa sallam wie gesagt nach der einen Ansicht und die zweite größte Katastrophe ist natürlich was wäre passiert wenn er gestorben wäre in dem Kuffer Zustand Allah sallallahu alaihi wa sallam dann wäre er als Ungläubiger gestorben und was er auf jeden Fall verpasst hat noch zusätzlich die ganze Phase wo er kafir war die ganzen guten Taten die er verpasst hat nur Allah weiß wie Allah einen Menschen belohnen wird für ein Gebet das er verrichtet hat und wenn es auch noch ein Pflichtgebet war ist die Belohnung natürlich umso größer also haben wir gelernt dass die dass die Wahrscheinlichkeit dass jemand wenn Islam verlassen hat zum Islam wieder zurückkommt sehr gering ist was bedeutet Recht leiten Recht leiten bedeutet aus der Finsternis herausleiten weil die Finsternis ist gewaltig und damit du aus dieser Finsternis rauskommst brauchst du Allahs Hilfe dafür damit er dich auf den richtigen Weg zeigt der beleuchtet ist durch wen beleuchtet ist Mohammed hat uns gezeigt den Weg und hat uns wie wenn er Lampen aufgestellt hätte gesagt geht diesen Weg dann werdet ihr ankommen wenn ihr links recht geht ist das Licht weg dann kommt ihr nicht mehr an wie sollte Allah ein Volk recht leiten das wieder ungläubig wurde nachdem es den Glauben angenommen hatte nachdem es den Glauben angenommen hatte also sie waren Muslime haben dann ihren Islam verlassen und nachdem es bezeugt hatte dass der Gesandte wahrhaft ist weil sie haben gewusst Mohammed wird kommen und sie wussten dass er welche Eigenschaften er haben wird und als er genau mit diesen Eigenschaften kam sie hatten vorher Iman an Raib gehabt Iman an das Verborgene Raib hatten sie gehabt sie glaubten an diesen Propheten werden sie gestorben wäre wahrscheinlich besser gewesen für sie aber als er gekommen ist haben sie ihn geleugnet normalerweise was müsste passieren Subhanallah normalerweise die Leute die müssten in Tränen fallen vor Freude dass sie den Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam vortreffen den sie die ganze Zeit gewartet haben wegen dem sie nach Medina gegangen sind um ihn zu treffen ja und das hätte man eigentlich erwarten müssen und das hätte auch mit Sicherheit der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwartet oder seine Freunde erwartet nur ist Subhanallah genau das Gegenteil wegen ihrem Nationalismus das Gegenteil geschehen und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen sind die klaren Beweise wie zum Beispiel Mu'jizat Wunder oder wie diese Verse hier wo Allah teilweise sagt was sie glauben und wie sie reden und was sie an Sünden begangen haben und was Allah uns ins Wurde alles über sie erzählt hat das sind alles Beweise das sind klare Beweise von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dass er sie Bescheid weiß über Dinge die er eigentlich gar nicht selbst erlebt hat aber sie wissen davon sehr klar Bescheid wie zum Beispiel dass ihre Schriften verfälscht sind Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat niemals eine Schrift von ihren Schriften gelesen wie weiß er diese Sachen wie kann er diese Behauptungen aufstellen weil er hat jemanden der allwissend ist und es ihm mitgeteilt hat und klare Beweise sind es auch weil ich gesagt habe wir haben in diesen Versen viele logische Argumentationen kennengelernt sodass ein Jude und Christ muslimisch werden muss wenn er die Wahrheit akzeptieren möchte deswegen sind der Istaf Koran sind klare Beweise und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht warum nicht weil es ungerecht ist das ist alles wenn sie nicht ungerecht wären würde Allah ihnen den Weg zeigen wenn sie sagen würden wir möchten die Wahrheit und wir akzeptieren das was bei uns im Buch steht und wir erkennen diesen Propheten an dann Allah wird sie ihre Herzen öffnen für den Islam und der Glaube wird in ihren Herzen Platz finden und warum wurden sie als ungerechte Menschen bezeichnet weil sie so oft Ungerechtigkeiten begangen haben dass es eine Eigenschaft zu ihnen wurde weil ein Mensch der einmal eine Sache falsch macht den Menschen den bezeichnet man nicht als jemand ein Sünder oder jemand der ein Freveler ist oder jemand der wie heißt es ein ungerechter Mensch ist aber jemand der es regelmäßig macht das sind diejenigen Menschen die man als ungerechte Menschen dann bezeichnet dieser Vers 86 ist allgemein gehalten wie ihr gemerkt habt da kommt weder das Wort Jude vor noch das Wort Christ vor noch noch irgendwelche speziellen noch Ahlul Kitab warum weil Allah das ist das findet man im Koran sehr sehr oft haben wir auch öfter darauf hingewiesen in Surat al-Baqarah obwohl es klar ist mit wem der Prophet gerade spricht oder sprechen soll oder wem das mitteilen soll trotzdem die Verse sind allgemein ohne Namen warum mindestens zwei Weisheiten haben wir gesagt erste Weisheit weil das gilt nicht nur für die Personen damals weil dieser Koran gilt bis zu Yama Zweitens weil damit diese Namen nicht verewigt sind ich habe vor Allah würde sagen die Person so und so die Person so und so dann hätte er schon über sie geurteilt wie bei Abu Lahab Abu Lahab hatte keine Chance mehr aber diese Personen die diese Verse hören haben noch die Chance den Glauben anzunehmen also ein Rahmah von Allah subhanahu wa ta'ala der Lohn von solchen Menschen ist jener dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt darüber haben wir auch schon in Sallat al-Baqarah geredet und gesagt was Fluch bedeutet und gesagt was es bedeutet dass die Menschen sie auch verfluchen und ungerechte Menschen werden also und das ist sehr wichtig jetzt für uns ungerechte Menschen werden eventuell wegen ihrer schlechten Taten niemals recht geleitet wenn du also jemanden wenn du Leute siehst die weit weg vom Iman sind weit weg vom Glauben sind ihre Gebete sind nicht und so weiter es liegt einfach an ihnen selbst sie sind diejenigen die ungerechte Taten begehen sie sind diejenigen die Sünden haben und deswegen zwicken sie sich nicht es gibt Muslime die sind 50 Jahre alt und die sind auf dem Iman Zustand Iman Pegel Tachometer entwickeln sie sich nicht sie haben sich nicht entwickelt 50 Jahre lang gleich in Muslime geleben sie sind immer noch das gleiche Gebet das sie verrichten sie haben nicht Khushua entwickelt sie haben nicht gelernt wenigstens ihr Gebet richtig zu verrichten sie haben sich nicht entwickelt weil sie nicht gelernt haben weil sie nicht gefragt haben weil sie bestimmte Sünden haben die Allah dazu bringt dass sie nicht dass er sie nicht leitet den richtigen Weg leitet sondern er ist sie dann wie sie sind verändern sie sich Allah hat versprochen dass er den Zustand von den Leuten ändert wenn sie sich selbst ändern ja wie er sagt in Surat Ar-Ra'ad und deswegen wenn man eine Sünde begangen hat sollte man sich beeilen damit Taube zu machen denn wenn man ein Sünder ist kann es sein dass Allah dich nicht mehr leitet und wenn Allah dein Herz versiegelt wie wir in Surat al-Baqar gelernt haben dann ist es eine Katastrophe weil dieses Herz dann wieder zu öffnen ist sehr schwierig deswegen nach der Sünde soll man sofort Taube machen damit Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde auslöscht durch eine gute Tat und dann leitet dich Allah subhanahu wa ta'ala auch beim nächsten Mal wieder wenn du eine Sünde begangen hast sie bleiben ewig darin wo bleiben sie ewig darin? in der Hölle in der Hölle bleiben sie in der Hölle oder in diesem Fluch in dieser La'na in diesem Fluch und natürlich der zur Hölle führt denn die La'na bedeutet ja dass du von Allahs Barmherzigkeit weit weg bist die Strafe soll ihnen nicht erleichtert werden noch soll ihnen Aufschub gewährt werden Aufschub wird ihnen nicht gewährt um Gutes zu tun aber auch ebenso andersrum in diesem Leben keiner stirbt schneller nur weil er eine Sünde begeht das ist auch ein Rahmah von Allah wenn Allah wollte sagte er im Koran dass wenn er die Menschen für ihre Sünden zur Rechenschaft ziehen würde sofort dann würde auf der Erde kein Mensch und kein Tier mehr übrig bleiben aber obwohl du Sünden tust Allah sagt nicht okay wenn du noch mehr Sünden tust dann stirbst du dafür noch schneller macht er nicht Alhamdulillah umgekehrt genauso wenn der Tod kommt kriegst du nicht mehr Zeit kriegst du nicht mehr Zeit aber Alhamdulillah Allahs Barmherzigkeit behandelt kein Ungerecht er gibt jedem die Zeit die er braucht und Alhamdulillah hat Allah den 89. Vers abgesandt sonst würden wir tatsächlich sagen müssen dass Allah die Taube nicht annimmt von Leuten die Kafir gewollt sind nachdem sie Muslime waren Allah sagte außer denjenigen die nach alledem Taube machen und verbessern was verbessern sie sie verbessern ihr Herz sie reinigen ihr Herz durch den Schmutz des Kuffers und reinigen es durch den Iman und ihre Taten die schlechten Taten machen sie dafür gute Taten und der Prophet hat ja gesagt oder Allah sagt im Koran Innal Hassanat Yudhibna Sayyyaat das heißt die guten Taten löschen die schlechten Taten aus Alhamdulillah das ist ein gewaltiger Vers eine schlechte Tat machst du eine gute dann ist diese schlechte Tat weg und du hast noch neunmal mehr gute Taten weil Allah gibt dir die gute Tat zehnfach zurück mindestens so ist Allah allvergeben und barmherzig also nimmt Allah auch diese Taube an und verzeiht dir und lässt sich in seine Barmherzigkeit eingehen und so öffnet er die Tür für die Leute die wie heißt es Taube machen wollen ansonsten eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen und zwar beim 85. Vers wegen Allah sagt er wer als Religion etwas anderes als den Islam begehrt oder verlangt oder sich wünscht oder strebt so wird es von ihm nicht angenommen werden und wir haben ein Hadith der ähnlich ist wie diese Vers und zwar sagt der Prophet ich schwöre bei demjenigen an dessen Hand die Seele von Mohammed ist jeder Jude und jeder Christ oder er sagt jeder Mensch von dieser Ummah sei es ein Jude oder ein Christ der stirbt und über mich von mir gehört hat also von mir als Propheten gehört hat und er stirbt und glaubt nicht an das womit ich geschickt worden bin entsandt worden bin der wird ein Höllenbewohner sein und der Hadith ist bei Sahih Muslim und ebenso sagte der Prophet es wird keiner ins Paradies eingehen außer einer muslimischen Seele und dieser Hadith ist also bei Bukhari bei Muslim Ibn Maja und der Tirmidhi und der Prophet Sallallahu Alayhi Vassalam hat Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu aufgefordert dass er im Hajj am Yawm Al-Hajj Al-Akbar Al-Hajj Al-Akbar der Tag der großen Hajj das ist Yawm Al-Nahar der erste Feiertag Yawm Al-Nahar der 10. Fudul Hijjah hat der Prophet Sallallahu zu Ali gesagt dass er unter den Leuten laufen soll und diesen Hadith ausrufen soll La Yadkhulul Jannah Illa Nafsum Muslima ins Paradies wird nur eine muslimische Seele eingehen ins Paradies wird nur eine muslimische Seele eingehen in diesem Tag hatte der Prophet Sallallahu die Möglichkeit den meisten Menschen diese Sache mit zu verkünden und sollte es da noch nicht muslimische unter ihnen gewesen sein dann hat der Prophet Sallallahu das könnte ja noch sein er hatte erst dann verboten er hatte dann verboten ab diesem Tag hat er die Khutbah gehalten und gesagt dass ab jetzt kein Mushrik mehr Tawaf machen darf und kein Nakda mehr Tawaf machen darf in der Kaaba und so weiter und so fort in diesem Zeitpunkt hätte sein können waren noch Mushrikin anwesend hätte sein können und dann hat er ausgerufen ins Paradies wird niemand eingehen außer einer muslimischen Seele und somit Alhamdulillah ist die Botschaft überbracht worden von ihm Alayhissalatu wassalaam dann sagte Allah am 90. Vers jene jene imam hier um die Juden handelt er sagte jene aber die ungläubig werden nachdem sie den Glauben angenommen haben und danach wird ihr Koffer noch mehr ja, der Taube wird nicht akzeptiert, wie ist das passiert bei den Juden wie sind sie ungläubig geworden durch den Koffer an Isa spätestens sagen wir mal spätestens, es gab Leute vor aber spätestens, wie haben sie ihren Glauben dann noch vermehrt, Unglauben noch vermehrt als Muhammad saham kam und der Quran haben sie ihm wieder nicht geglaubt, also der Koffer noch mehr also ist der Iman Stufen und der Koffer auch Stufen und das gehört zu unserer Aqid deren Taube wird Allah nicht annehmen und die sind die Abdalun, die Irregehenden Abdalun, Abdalin ist das gleiche, ist nur grammatikalischer Unterschied dieser Vers hat manchen Tafsir gelehrten, Schwierigkeiten bereitet denn warum wird Allah von solch einer Person kein Taube annehmen wenn er Taube macht angenommen er ist muslimisch dann wird es kafir und sein Koffer wird immer größer und nachher macht Taube wird Muslim warum nimmt Allah die Taube nicht mehr an die Antwort ist eine von dreien mindestens und zwar haben manche Gelehrte gesagt gemeint ist beim Tod das heißt solche Leute wenn sie sterben dann wird Allah subhanahu wa ta'ala beim Sterben ihre Taube nicht annehmen weil der Tod ist khalach der Tod endet die Chance dass du Taube machen kannst das ist die erste Ansicht diese Ansicht wie man sofort merkt hat sein Für und Wider weil dies gilt für jeden Menschen nicht nur für diese Menschen speziell für jeden Menschen der als kafir stirbt Allah wird ihre Taube nicht annehmen zweite Ansicht ist dass ihre Taube vor dem Kuffer nicht akzeptiert wird sie waren ja gläubig und wenn sie irgendeine Taube gemacht hatten als gläubige Muslime danach wurden sie ja Kuffar dann wurde ihre Taube alles zunichte Allah hat ihre Sünden ihre Taube nicht akzeptiert das heißt er wird sie zur Rechenschaft ziehen für die Sünden die sie damals getan haben weil sie keine Taube gemacht haben mehr dafür weil wenn deine Taten weg sind dann auch deine Taube ist weg das ist ein sehr gutes Tat die ist auch weg die dritte Ansicht ist dass so gemeint ist solange sie Kuffar sind Allah wird ihre Taube nicht annehmen das heißt wenn sie Kuffar sind und im Kuffer Zustand Taube machen und als Kuffar sterben diese Taube ist nichts nütz sondern sie müssen den Islam vorher angenommen haben sonst sind sie sonst gehören sie zu den ihrer Gehenden gewiss diejenigen die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben das ist der entscheidende Punkt das ist jetzt die dritte Kategorie von Menschen in diesen Versen die wir uns anschauen die ersten waren diejenigen die den Iman angenommen haben und dann wurden sie Kuffar die meisten von ihnen bleiben Kuffar und kommen nicht zum Islam zurück die zweiten von ihnen sind sind muslimisch dann wurden sie Kuffar dann wurde der Kuffar noch mehr wurde der Kuffar noch größer die dritte Kategorie ist jetzt die entscheidende wo es keinen zurück mehr gibt wenn du als Kaffer dann letztendlich auch noch stirbst diejenigen die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden auch wenn er sich damit loskaufen wollte die ungläubigen Menschen sie werden sich natürlich wünschen sich loszukaufen vor der Strafe der Hölle und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns in einem Hadith der überliefert ist von Anas radiallahu anhu Anas schreibt diesen Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte Allah wird zu demjenigen Höllenbewohner sagen der am schwächsten bestraft wird lau anna leka ma fil ardi min shay kunta taftati bihi wenn dir alles jetzt gehört was es auf der Erde gibt würdest du dich damit loskaufen wollen قال naam sagt ja dann sagt Allah an dem Tag an dem Tag deswegen ist es egal wie viel es ist an dem Tag gibt es wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat keine Dinar mehr kein Dirham mehr es gibt nur noch gute Taten schlechte Taten kannst du hast du keine guten Taten dann wird mit deinen schlechten Taten gespielt oder mit schlechten Taten des anderen gespielt und so weiter und so fort das heißt lesen wir den Vers nochmal gewiss diejenigen die Ungläubige geworden sind als Ungläubige sterben von keinen von ihnen wird am Tag der Auferstehung würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden das heißt wenn er Sadaqa geben wollte um sich irgendwie die Strafe zu schwächen oder ähnliches es würde für ihn nicht angenommen werden und auch nicht wenn er sich damit loskaufen würde dass er ganz frei kommt von der Strafe wird nicht akzeptiert werden diese Sache kann nicht passieren gibt nicht die gibt keine Erde voller Gold kennen wir nicht aber wenn es so wäre das heißt Allah will uns etwas sagen was nicht möglich ist damit wir erst gar nicht darüber damit man gar nicht erst denkt dass es vielleicht so sein könnte für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keine Hilfe haben also werden sie niemals Hilfe haben das bedeutet sie bleiben auf ewig in der Hölle und dann schauen wir uns den letzten Vers Alhamdulillah für den heutigen Tag an der 92. Vers von Surat Ali Imran wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihr werdet die Güte nicht erreichen bevor ihr nicht von dem ausgebt was euch lieb ist und was auch immer ihr ausgebt so weiß Allah darüber Bescheid und da bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum dass er uns zu denjenigen macht die diese Verse umsetzen wie Allah es gesagt hat denn wir haben Beispiele aus aus der Sira von den Sahaba dass sie diesen Vers tatsächlich so umgesetzt haben wie er drin steht ihr werdet nicht die Güte erreichen bevor ihr nicht von dem ausgebt was euch lieb ist was ist die Güte Güte auf Arabisch und steht für alles was gut ist und deswegen ist das Wort Güte im Deutsch tatsächlich gut weil Güte und Gut ist das gleiche Wortursprung und alles Gute ist die Güte ihr werdet diese Stufe der Güte oder das Gute selbst nicht erreichen und gemeint ist Al-Jannah ihr werdet Al-Jannah nicht erreichen bevor ihr nicht von dem ausgebt was euch lieb ist wie passt dieser Vers jetzt zu den Versen vorher Allah subhanahu wa ta'ala hat uns einmal den Vers einmal klar gemacht wie du Iman wie du Muslim wirst Juden, Christen wie sie in den Islam reinkommen wie wir Muslime sind und bleiben und jetzt gibt es aber noch mehr als das es ist nicht so ein Islam dann fertig es gibt auch noch mehr Stufen als den Islam es gibt Al-Ihsan noch eine bessere Stufe als das die beste Stufe und zwar gibt es unter den Gläubigen Stufen und wir wollen ja nicht nur einfach Muslime sein, sondern wir wollen zu den besten Muslimen gehören und wenn du zu den besten Muslimen gehören möchtest dann musst du die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala vorziehen vor der Liebe zu Al-Dunya und vor der Liebe zu deinem eigenen Vermögen wenn du also etwas hast was du sehr sehr liebst und du gibst es für Allah her dann erreichst du die Stufe der Güte vorher wirst du sie nicht erreichen weil Allah sagte ihr werdet die Güte der Stufe nicht erreichen ihr werdet die Güte nicht erreichen bevor ihr nicht von dem ausgebt von eurem Vermögen etwas ausgeht was euch lieb ist was ihr sehr gerne mögt und das ist genau die Sache jeder von uns gibt sehr einfach Sadaqah was er nicht gerne mag ein Parfum das er nicht mag gibt er gerne her ein Kleidungsschick was er nicht selbst anziehen mehr möchte gibt er sehr gerne her aber die Frage ist gibt es auch gerne Sachen her die du sehr gerne magst und wenn du das kannst dann hast du die Stufe der Güte erreicht und dafür haben wir natürlich und was auch immer ihr ausgebt so weiß Allah darüber Bescheid also auch wenn du nicht Alhamdulillah auch wenn du nicht es schaffst die hohen Stufen zu erreichen aber wir wollen die hohen Stufen erreichen dann Allah weiß trotzdem Bescheid auch wenn du nur einen Euro spendest oder einen Cent spendest Allah weiß darüber Bescheid und Alhamdulillah weiß Allah darüber Bescheid weil wenn er darüber nicht Bescheid wüsste das würde bedeuten wir müssten unsere guten Taten immer uns merken so Alhamdulillah ist 50% inshallah weniger als 50% müssen wir uns merken und zwar nur noch die schlechten Taten schlechten Taten müssen wir uns merken weil da kann es sein du musst einem Menschen dein Recht zurückgeben kann es sein du musst Taube machen und du musst Allah sowieso darüber und Vergebung beten aufgrund dieses Verses wird erzählt bei Ibn Jarir al-Tabari der Imam der Mufassirin wie ich gesagt habe dass Umar Ibn Khattab eine Sklaven die er hatte und zwar eine der Sklaven die er am liebsten mochte eine Sklaven die er am liebsten mochte freigelassen hat für Allah und ebenso dass Seyd ein Pferd gespendet hat für Allah sein Lieblingspferd und was uns auch authentisch überliefert worden ist über Abu Talha radiallahu anhu Abu Talha gehörte zu den reichsten Medinensern zu den reichsten Leuten in Medina und er hatte Gärten von Palmen und er hatte einen Garten von Palmen der genau gegenüber der Moschee vom Propheten war und dieser Garten heißt Bayraha sagt er und als dieser Vers herab gesendet worden ist ist Abu Talha zum Propheten gesang und hat zu ihm gesagt und dieser Bayraha dieser Garten also der Palmgarten da war auch ein Brunnen drin mit gutem Wasser und der Prophet liebte es dort Wasser zu trinken aus diesem Brunnen und dieser Garten da ging Abu Talha zum Propheten und sagte zum Propheten Allah sagt in seinem Buch ihr werdet die Güte nicht erreichen bis ihr nicht von dem ausgebt was euch lieb ist dann sagt er dass er diesen Garten hat Bayraha und dass es das Vermögen ist was er am allerliebsten mag von all seinen Vermögen Allah hat nicht verlangt dem Vermögen dass wir alles geben und hat auch nicht verlangt von dem was uns am liebsten ist hat er nicht gesagt er sagt dass ihr von dem ausgebt von dem ausgebt was ihr liebt ein Teil dessen er hat das Beste hergegeben was er liebt und zwar sagte er dann zum Propheten es ist eine Sadaqah für Allah ich möchte dadurch also sage ich gemäß die Belohnung bei Allah reservieren deswegen sagt er oh Gesandte Allah mach damit was du für richtig hältst also gib diesen Garten wem du möchtest dann sagt dann sagte der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam das ist ein gewinnbringendes Vermögen dies ist ein gewinnbringendes Vermögen und dann sagt er ich habe sehr wohl gehört was du gesagt hast ich habe es also aufgenommen dann sagt er dann sagt der Gesandte ich bin der Meinung dass du es unter deinen Verwandten verteilen sollst dann hat er radiyallahu anhu seinen Verwandten und seinen Cousins väterlicherseits verteilt radiyallahu anhu und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim was interessant ist für uns eine Sache und zwar dass ein Mensch Sadaqa geben will und nicht selbstbestimmt wo er die Sadaqa hingibt sondern er fragt jemanden der besser Bescheid weiß nicht jetzt wo es am sinnvollsten ist es ist für Duniazwecke nein am sinnvollsten ist bei Allah denn die Sadaqa für deine Verwandten ist besser als die Sadaqa für jemand Fremdes und zu fragen was gibt es besser als den Propheten sondern zu fragen in dieser Hinsicht was die beste Sadaqa ist gibt es nicht er hat es gemacht und heutzutage wer sind die Erben der Propheten die Gelehrten wenn du also etwas spenden willst und du möchtest wissen wie es am meisten die meiste Belohnung bekommen kannst frag jemanden frag einen Gelehrten der Bescheid weiß wie du am besten die größte Belohnung bekommen kannst von Allah durch diese Sadaqa ein einfaches Beispiel was ich schon mal erwähnt habe ein reicher Mann ein realistisches Beispiel ein echtes Beispiel das stattgefunden hat der ein Millionär ist dieser Mensch hat zeitweise immer wenn ein Sadaqa kam hat er jedem armen Menschen 10 Real gegeben 10 Real heutzutage durch etwa 2 Euro so dass sich die armen Menschen der war Millionär also das heißt der hatte ungefähr also ich habe vergessen aber eine große Zahl an Geld hat er gehabt was ein Sadaqa zahlen muss eine sehr große Summe da haben sich zum Sadaqa haben sich die Leute in Reihen gestellt vor seinem Haus und hat jedem einzelnen Menschen seine 2 Euro gegeben 10 Real sagen wir mal was hat der arme Mensch von 2 Euro nichts und wenn ich sage nichts das ist nicht übertrieben also es ist wirklich nichts ja weil ob du einen Tag länger lebst oder nicht das spielt auch keine Rolle mehr dieses Geld das isst du davon dein auf 10 Real in Sadaqa isst du meinetwegen 2-3 Tage lang dein Termin zum Frühstück und das war's dann ist das Geld auch weg du kannst nicht investieren du kannst nichts damit machen ja dann hat ein Mann möge Allah in der Fibulon ihm den Vorschlag gemacht pass mal auf warum machst du das Ganze das bringt doch gar nichts bringt niemandem etwas und vielleicht in dieser Reihe die sich aufstellen sind Leute die überhaupt nicht so arm sind ja das weißt du auch nicht er hat gesagt such dir 10 Leute auf dein Geld reicht aus für folgendes such dir 10 Leute aus und eröffne für sie Geschäfte ein Business ja und hat das gemacht für 10 verschiedene arme Menschen und derjenige der es mir erzählt hat gesagt dass etwa 7 davon davon dann leben konnten von dieser Zakat und das ist eine Zakat Alhamdulillah Zakat Jariah man sagt immer Zakat Jariah ich sage jetzt Zakat Jariah eine fortlaufende Zakat du hast einmal gegeben und die Belohnung bekommst du inshaAllah weiterhin und diese Idee ist ich meine das Geld was er gegeben ist das gleiche aber er hat es besser hergegeben was ich noch sage was am Ende ist die für die Statistik falls es Leute interessiert Alhamdulillah haben wir mit Tafsir angefangen am 30. April 2004 2004 das sind jetzt nicht 3 Jahre sind 2 Jahre und 9 Monate so ungefähr 2 Jahre und 9 Monate fast 3 Jahre und wir haben wie viele Juse jetzt zu Ende kriegen genau 3 Alhamdulillah das ist eine große Nima das heißt hochgerechnet hochgerechnet Alhamdulillah haben wir sehr viel noch die Zeit die wir investieren können für Allah um Tafsir noch zu lernen und dies warum weil wir uns nur einmal die Woche treffen einmal die Woche ist sehr wenig sehr wenig wenn man Zeit hätte sollte man dafür sorgen dass solche Sachen täglich stattfinden man kann ja einen Tag Pause machen wenn man unbedingt möchte was heißt Pause das ist wir essen doch auch jeden Tag warum sollt ihr unsere Seele nicht auch was zu sich jeden Tag nehmen aber Alhamdulillah wir haben ein Zehntel hinter uns und noch neun Zehntel vor uns im Sinne von wir freuen uns darauf weil jede Vers den wir lernen inshallah versuchen wir ihn umzusetzen und wir lernen ja dadurch und Allah erhöht die Gelehrten und je mehr man lernt desto gelehrter ist man Wallahu ta'ala er pad und so heisch ein 春